Liebe meine Häuserinnen, liebe meine Häuser, die Corona-Pandemie ist vorbei. Wir können wieder unbeschwert Weihnachten feiern. Wie gerne würde ich diese Worte heute sagen und wie gerne würden Sie diese Worte hören. Leider geht dieser Weihnachtswunsch nicht in Erfüllung. Nach einem bereits für uns alle herausfordernden Jahr 2020 folgte nun ein weiteres anspruchsvolles Jahr 2021. Doch möchte ich heute in meiner Weihnachtsansprache bewusst eine große Klammer um das Thema Corona machen und auf ein Jahr zurückblicken, das für uns alle so viel mehr war. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, zum 1. Januar 2021 hat nicht nur ein neues Jahr begonnen, sondern es brachte auch für mich persönlich eine große Veränderung mit sich. Denn seit diesem Zeitpunkt bin ich Bürgermeister unserer wunderschönen Gemeinde. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich daher auf mein erstes Amtsjahr zurückblicken, weil es sich viele Herausforderungen und Veränderungen bereitgehalten, viele Höhen, viele Tiefen hatte, aber gleichzeitig auch viele positive Veränderungen für uns gebracht hat. Gestartet sind wir mit der Absage der kompletten Fastnachtskampagne. Und schon hier zeigte sich die Kreativität und der Zusammenhalt unserer Ortsvereine und unserer Gemeinde im Allgemeinen. Das Ort zeigte sich geschmückt mit bunten Fahnen, Luftballons zahlreicher weiterer Dekorationen. Im Februar des Jahres folgte die Eröffnung unserer neuen Kita Pusteblume in Mainflingen. Ein guter Schritt beim Thema Kinderbetreuung, welches für mich persönlich aktuell eines der wichtigsten Themen ist und welches viel Zeit in der täglichen Arbeit kostet. Zeit, die für die Zukunft unserer Gemeinde mehr als gut investiert ist. Bei den Planungen zum Neubau der Kita Mainfächer sind nun alle Weichen final gestellt und der Bau kann im kommenden Jahr beginnen. Gleichzeitig bleiben die Personalgewinnung und die Personalbindung echte Herkulesaufgaben am leergefegten Arbeitsmarkt des Erziehungspersonals und werden sicher auch im neuen Jahr zu den beherrschenden Themen gehören. Nach der Verabschiedung des Haushaltes im März 2021 folgten kurz darauf die Kommunalwahlen in Hessen. Viele neue Gemeindevertreter wurden von ihnen in ihr Amt gewählt und setzten sich von da an für unsere Kommune und ihre Interessen ein. Mit nun fünf Fraktionen bietet die Gemeindevertretung eine echte demokratische Basis, um die Interessen von möglichst vielen zu vertreten. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitgliedern der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes herzlichst für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr bedanken. Besonders möchte ich mich aber für das persönliche Engagement aller Mitglieder bedanken, welches in diesen Zeiten nicht selbstverständlich ist. Im Laufe des Jahres konnten viele Neugierungen im Bereich der Dienstleistungen in der Gemeinde Mainhausen geschaffen werden. So gibt es seit dem Frühjahr einmal im Monat eine Samstagsöffnung des Bürgerbüros für alle Berufstätigen. Ein Angebot, das sehr, sehr gut angenommen wird und auch in Zukunft weiter angeboten wird. Auch die Möglichkeiten, Anliegen über das digitale Rathaus zu erledigen, wurden im Laufe des Jahres sukzessive erweitert. Und mittlerweile können über 40 Angebote über diesen Weg digital genutzt werden. Auch im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit wurden viele Angebote etabliert und die Resonanz zeigt deutlich auf, dass wir hier auf einem richtig, richtig guten Weg sind. Viele Baumaßnahmen konnten in diesem Jahr durch die Gemeinde umgesetzt werden. So unter anderem im Bereich der LED-Umrüstung, der Straßenbeleuchtung und der Weihnachtsbeleuchtung und natürlich mit der finalen Sanierung der Hauptstraße in Mainflingen. Mit dieser Sanierung geht ein jahrzehntelanges Ärgernis für die Anwohnerinnen und Anwohner zu Ende. Der Rechtsstreit ist beendet und alle können eine neue Hauptstraße im Ortsteil Mainflingen ihr eigen nennen. Nicht verschweigen möchte ich an dieser Stelle auch die Baumaßnahmen, welche nicht in der Hand der Gemeinde laden und die uns vielfach Kopfzerbrechen bereitet haben. Und auch im kommenden Jahr sicher noch bereiten werden. Ein nicht zufriedenstellender Zustand, auf den ich auch weiterhin mit aller Kraft zum Wohle aller Einwohnerinnen und Einwohner einwirken werde. Vieles wurde, wie schon gesagt, 2021 geschafft. Aber auch sehr viel liegt im neuen Jahr auch vor uns. Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken und 2022 zu einem erfolgreichen Jahr für die Gemeinde Mainhausen werden. An dieser Stelle wird es nun aber Zeit für Worte des Dankes. Ein großes Dankeschön an alle engagierten Bürgerinnen und Bürger. Sei es in Vereinen, in Hilfsorganisationen, in Netzwerken oder eben in vielen anderen Bereichen. Ohne Euch und Sie wäre unsere Gemeinde ein großes Stück ärmer. Ohne das Engagement, den Mut und die Kreativität jedes Einzelnen wäre Mainhausen nicht das, was es ist. Hierfür ein herzliches Danke. Ein großer Dank geht auch an die Unternehmer in Mainhausen. Sei es im Handwerk, in der Gastronomie, im Mittelstand oder eben in der Selbstständigkeit. Gemeinsam, trotz meiner nicht einfachen Zeit, erfindet sich nahezu täglich neu, meistert Herausforderungen und setzt sich gemeinsam für unser Mainhausen ein. Eine Leistung, die nicht hoch genug zu honorieren ist. Daher mein heutiger Appell an Sie, liebe Mainhäuserinnen und Mainhäuser. Stärken Sie unser Gewerbe vor Ort. Kaufen Sie lokal ein, gehen Sie in das Restaurant um die Ecke oder genießen Sie den Lieferservice auf der heimischen Couch. Wählen Sie Mainhäuser Handwerksbetriebe für Ihre Baumaßnahmen, sichern Sie damit Arbeitsplätze und Wohlstand vor Ort. Unterstützen Sie unsere Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten und erhalten Sie uns die Angebotsvielfalt in Mainhausen. Auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich an dieser Stelle recht herzlich danken. Sei es den Erzieherinnen und Erziehern für die Betreuung unserer Kinder in den Kitas. Den Mitarbeitern des Bauhofs, welche stets für ein gepflegtes Ortsbild sorgen, aber auch den Mitarbeitern am Campingplatz in unseren Badeseen, welche uns die Naherholung vor die Haustür zaubern. Und natürlich den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, welche sich täglich für Sie mit Herzblut engagieren. Lassen Sie uns nun gemeinsam nach vorne schauen. Und das im positiven Sinne. Lassen wir uns nicht durch eine Pandemie auseinander dividieren, sondern weiterhin den gewohnten Zusammenhalt in unserer Gemeinde leben. Auch wenn die Zeiten für viele nicht einfach sind und es die aktuellen Diskussionen auch nicht wirklich leichter machen, so würde ich mich persönlich sehr freuen, wenn wir mit gegenseitigem Verständnis aufeinander zugehen und uns auf die wesentlichen Stärken unserer Gemeinschaft besinnen. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam, einmal die sozialen Medien zurückzustellen und uns wieder auf den persönlichen und fairen Austausch miteinander zu konzentrieren. Ein Miteinander, das in der Anonymität des Internets oft verloren geht. Auch wünsche ich mir persönlich, dass der Umgang untereinander wieder zu einem Umgang auf Augenhöhe wird. Im gemeinsamen Dialog sind Ansichten leichter auszutauschen und finden oft auch das nötige gegenseitige Verständnis für die Sicht der Dinge. Mit diesen abschließenden Worten, die ich gleichzeitig auch als Aufruf zum Miteinander sehe, wünsche ich Ihnen und uns allen ein friedvolles Weihnachtsfest im Kreise unserer Liebsten. Tanken wir neue Kraft und starten gemeinsam mit Zuversicht ins Jahr 2022. Bleiben Sie gesund! Ihr Bürgermeister Frank Simon – Vielen Dank.